In den letzten Jahren hat die Achtsamkeit einen bemerkenswerten Einzug in die Psychotherapie gehalten. Ursprünglich aus buddhistischen Traditionen stammend, wird Achtsamkeit heute als eine wesentliche Komponente für das psychische Wohlbefinden anerkannt und in zahlreiche therapeutische Praktiken integriert. Dieser Ansatz betont die Wichtigkeit, den gegenwärtigen Moment ohne Urteil wahrzunehmen und anzunehmen. Für Psychotherapeuten bietet Achtsamkeit nicht nur eine Technik zur Verbesserung der eigenen Lebensqualität, sondern auch ein mächtiges Werkzeug in der Behandlung von Patienten mit unterschiedlichsten psychischen Belastungen. In einer Welt, die von ständiger Beschleunigung und einem Übermaß an Reizen geprägt ist, wächst die Sehnsucht nach Ruhe und innerer Klarheit. Achtsamkeit adressiert genau diese Bedürfnisse, indem sie Wege aufzeigt, wie man trotz äußerer Unruhe in einen Zustand der Gelassenheit erreichen kann. Für Therapeuten, die stets bestrebt sind, ihre Praxis zu revolutionieren und ihren Patienten effektive Coping-Strategien anzubieten, erweist sich die Integration von Achtsamkeitstechniken als besonders wertvoll. Die Kunst der Achtsamkeit ermöglicht eine tiefere Verbindung mit dem eigenen Selbst und bietet einen neuen Ansatz zur Behandlung und Prävention psychischer Störungen. Indem Therapeuten Achtsamkeit in ihre Praxis einbeziehen, öffnen sie die Tür zu einer Form der Heilung, die Patienten befähigt, ihre Gedanken, Gefühle und körperlichen Sensationen in einer nicht wertenden Weise zu betrachten. Dieser Artikel zielt darauf ab, die vielfältigen Facetten der Achtsamkeit zu beleuchten und deren transformative Kraft in der therapeutischen Arbeit zu verdeutlichen. Grundlagen der Achtsamkeit Was ist Achtsamkeit? Eine Definition. Achtsamkeit ist eine Praxis, die darin besteht, auf den gegenwärtigen Moment mit Offenheit, Neugier und einem Fehlen von Urteilen zu achten. Es geht darum, die momentanen Erfahrungen, seien es Gedanken, Gefühle, körperliche Empfindungen oder äußere Umstände, bewusst wahrzunehmen, ohne sie zu bewerten oder zu versuchen, sie zu verändern. In der therapeutischen Praxis wird Achtsamkeit eingesetzt, um Patienten dabei zu unterstützen, ihre Gedankenmuster zu erkennen und zu verstehen, was eine Grundlage für die Entwicklung gesünderer Bewältigungsstrategien bietet. Historische Wurzeln und die moderne Anwendung in der Therapie Die Wurzeln der Achtsamkeit lassen sich Tausende von Jahren zurückverfolgen, insbesondere in buddhistischen Traditionen. Im Westen wurde die Praxis vor allem durch Yon Kabetzin und die von ihm entwickelte Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, MBSR, in den 1970er Jahren bekannt. Kabetzins Arbeit hat gezeigt, dass Achtsamkeit nicht nur spirituell, sondern auch wissenschaftlich fundiert ist und führte zu einem Paradigmenwechsel in der Behandlung psychischer und physischer Leiden. Heute wird Achtsamkeit in zahlreichen therapeutischen Ansätzen verwendet, von der Behandlung von Depression und Angstzuständen bis hin zu Schmerzmanagement und Suchttherapie. Die Rolle der Achtsamkeit in der mentalen Gesundheit Die Praxis der Achtsamkeit fördert das Wohlbefinden, indem sie Individuen hilft, aus dem Autopiloten des Alltags auszusteigen und eine tiefere Verbindung mit dem aktuellen Erleben zu schaffen. Dies kann besonders wertvoll sein für Menschen, die mit psychischen Herausforderungen kämpfen. Durch Achtsamkeit lernen sie, ihre Gedanken und Gefühle zu beobachten, ohne sich von ihnen überwältigen zu lassen. Dies fördert eine Haltung der Akzeptanz und des Mitgefühls sich selbst gegenüber, was wiederum zur Reduzierung von Stress, Angst und depressiven Symptomen beitragen kann. Für Psychotherapeuten, die mit Achtsamkeit arbeiten, bedeutet dies eine Erweiterung ihres therapeutischen Repertoires. Sie können ihren Patienten nicht nur traditionelle Gesprächstherapien bieten, sondern auch praktische Übungen, die zur Selbstreflexion anregen und die Selbstwirksamkeit stärken. Die Einführung der Achtsamkeit in die therapeutische Praxis hat das Potenzial, nicht nur die Beziehung zwischen Therapeut und Patient zu vertiefen, sondern auch Patienten zu einer nachhaltigen Selbstfürsorge und mentalen Resilienz zu führen. Achtsamkeitsbasierte Therapieansätze Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, MBSR, und ihre Vorteile Die Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, MBSR, ist ein strukturiertes Programm, das darauf abzielt, Menschen zu lehren, wie sie durch Achtsamkeitsmeditation und körperliche Übungen wie Yoga-Stress bewältigen können. Ursprünglich von Jon Kabitzen entwickelt, hat sich MBSR als effektiv in der Verringerung von Stress, Angst und psychischen Belastungen erwiesen. Das Programm betont die Bedeutung der Bewusstheit des momentanen Erlebens und Lehrteilnehmer, aufkommende Gedanken und Gefühle ohne Bewertung zu beobachten. Für Therapeuten bietet MBSR eine solide Grundlage, um Patienten in der Entwicklung von Strategien zur Stressbewältigung zu unterstützen, die auf Achtsamkeit basieren. Achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie, MBCT, zur Vorbeugung von Rückfällen bei Depressionen Die Achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie, MBCT, ist eine Erweiterung der kognitiven Verhaltenstherapie, die speziell darauf abzielt, Rückfälle bei Menschen mit rezidivierender Depression zu verhindern. Indem sie kognitive Therapieansätze mit Achtsamkeitspraktiken kombiniert, hilft MBCT den Betroffenen, frühe Anzeichen eines Rückfalls zu erkennen und auf eine Weise darauf zu reagieren, die den negativen Gedankenspiralen entgegenwirkt. Dieser Ansatz stärkt die Fähigkeit der Patienten, Abstand von automatischen Gedankenmustern zu gewinnen, die zu Depressionen beitragen können. Integration von Achtsamkeit in verschiedene Therapieformen Achtsamkeit lässt sich nicht nur in spezifischen Programmen wie MBSR und MBCT anwenden, sondern kann auch in eine Vielzahl therapeutischer Ansätze integriert werden, von der Psychoanalyse bis zur systemischen Therapie. Diese Integration ermöglicht es Therapeuten, die Achtsamkeitspraxis flexibel an die individuellen Bedürfnisse ihrer Patienten anzupassen. Ob es darum geht, einen Raum für Selbstexploration zu schaffen, die Selbstregulierung zu fördern oder die Beziehungsdynamiken zu verbessern, Achtsamkeit bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in der Psychotherapie. Durch die Verwendung achtsamkeitsbasierter Methoden können Therapeuten ihren Patienten effektive Werkzeuge an die Hand geben, um mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen und ein tieferes Verständnis für ihre inneren Erlebnisse zu entwickeln. Diese Ansätze fördern nicht nur die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden, sondern tragen auch dazu bei, die therapeutische Beziehung zu stärken und den Therapieerfolg zu verbessern. Praktische Anwendung von Achtsamkeit in ihrer Praxis. Schritte zur Einführung der Achtsamkeitspraxis für Therapeuten Die Integration von Achtsamkeit in die therapeutische Arbeit beginnt bei den Therapeuten selbst. Ein tieferes persönliches Verständnis und die regelmäßige Praxis von Achtsamkeit sind unerlässlich, um sie authentisch in die Behandlung einfließen zu lassen. Therapeuten sollten zunächst eigene Achtsamkeitsroutinen entwickeln, beispielsweise durch tägliche Meditation, achtsames Atmen oder Yoga. Fortbildungen und Workshops können dabei unterstützen, die eigene Achtsamkeitspraxis zu vertiefen und neue Methoden zu erlernen, die später an Patienten weitergegeben werden können. Achtsamkeitsübungen für Patienten Ein zentraler Aspekt der Einbeziehung von Achtsamkeit in die Therapie ist die Vermittlung einfacher, aber wirkungsvoller Übungen, die Patienten in ihren Alltag integrieren können. Dazu gehören Atemübungen, das bewusste Wahrnehmen des Atems kann helfen, die Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment zu lenken und beruhigend wirken. Bodyscan, diese Technik fördert die Achtsamkeit gegenüber körperlichen Empfindungen und kann zur Entspannung und Stressreduktion beitragen. Gemeditation, bei dieser Übung wird die Aufmerksamkeit auf den Prozess des Gehens gelenkt, was die Präsenz im Hier und Jetzt stärkt. Achtsames Essen, diese Praxis hilft, die Erfahrung des Essens zu intensivieren und ein gesünderes Verhältnis zum Essen zu entwickeln. Es ist wichtig, dass Therapeuten ihre Patienten ermutigen, diese Übungen regelmäßig zu praktizieren und sie als Teil eines umfassenderen Selbstfürsorgeprogramms zu betrachten. Fallstudien, erfolgreiche Integration von Achtsamkeit in die Therapie Die Einbindung von Achtsamkeit in die therapeutische Praxis kann anhand von Fallstudien verdeutlicht werden, die zeigen, wie unterschiedliche Techniken bei verschiedenen Störungsbildern erfolgreich angewendet wurden. Diese Fallbeispiele können illustrieren, wie achtsamkeitsbasierte Ansätze zur Reduktion von Angstsymptomen, zur Verbesserung der Stimmung bei depressiven Patienten und zur Erhöhung der Stressresilienz beitragen können. Sie bieten konkrete Einblicke, wie Achtsamkeitsübungen, individuell angepasst und in den therapeutischen Prozess integriert werden können. Durch die praktische Anwendung von Achtsamkeit können Therapeuten nicht nur die Selbstwahrnehmung und emotionale Regulation ihrer Patienten fördern, sondern auch eine stärkere therapeutische Allianz aufbauen. Diese Techniken ermöglichen es den Patienten, aktive Schritte zur Verbesserung ihres Wohlbefindens zu unternehmen und tragen zu einer nachhaltigen positiven Veränderung bei. Herausforderungen und Lösungen bei der Implementierung. Häufige Widerstände und wie man sie überwindet. Bei der Einführung von Achtsamkeit in die Therapie können Therapeuten auf verschiedene Widerstände bei ihren Patienten stoßen. Einige Patienten sind vielleicht skeptisch gegenüber Achtsamkeitspraktiken, sehen diese als zu esoterisch an oder haben Schwierigkeiten, sich auf die Übungen einzulassen. Es ist wichtig, dass Therapeuten eine offene Kommunikation fördern und die wissenschaftliche Basis sowie die praktischen Vorteile von Achtsamkeit hervorheben. Individuelle Bedenken sollten ernst genommen und adressiert werden, indem man beispielsweise mit einfachen und direkt erfahrbaren Übungen beginnt, die leicht in den Alltag integriert werden können. Tipps zur Förderung der Achtsamkeit bei skeptischen Patienten. Information und Aufklärung. Eine fundierte Einführung in die Prinzipien der Achtsamkeit und deren nachgewiesene Vorteile kann helfen, Skepsis abzubauen. Kleine Schritte. Beginnen Sie mit kurzen, einfachen Übungen, um Patienten die unmittelbaren Effekte von Achtsamkeit erleben zu lassen. Personalisierung. Passen Sie die Achtsamkeitsübungen an die individuellen Interessen und Bedürfnisse Ihrer Patienten an. Erfolgserlebnisse schaffen. Motivieren Sie Patienten, Ihre Fortschritte und Veränderungen in Ihrem Wohlbefinden bewusst zu reflektieren. Die Integration von Achtsamkeit in den Therapiealltag. Die Integration von Achtsamkeit in den therapeutischen Alltag erfordert Geduld und Kreativität. Therapeuten sollten sich daran erinnern, dass die Praxis der Achtsamkeit ein Prozess ist und die Vorteile sich mit der Zeit einstellen. Es kann hilfreich sein, regelmäßige Check-ins bezüglich der Achtsamkeitspraxis einzuführen und den Raum für Fragen und Austausch zu bieten. Die kontinuierliche Ermutigung der Patienten, Achtsamkeitsübungen regelmäßig zu praktizieren und ihre Erfahrungen zu teilen, ist entscheidend für die erfolgreiche Implementierung. Die Herausforderungen bei der Implementierung von Achtsamkeit in die therapeutische Praxis sind überwindbar und die potenziellen Vorteile für Therapeuten und ihre Patienten sind umfangreich. Durch beharrliches Engagement und angepasste Ansätze können Therapeuten eine Umgebung schaffen, in der Achtsamkeit gedeihen und zur Heilung beitragen kann. Zukunft der achtsamkeitsbasierten Therapie Aktuelle Forschung und Trends Die Forschung zu achtsamkeitsbasierten Ansätzen in der Psychotherapie hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Studien bestätigen die positiven Auswirkungen von Achtsamkeit auf die psychische Gesundheit, einschließlich der Reduzierung von Stress, Angst und Depressionen. Darüber hinaus gibt es zunehmend Belege dafür, dass Achtsamkeitspraktiken die emotionale Regulation verbessern und das Wohlbefinden steigern können. Ein spannender Trend ist die Untersuchung der Wirkung von Achtsamkeit auf das Gehirn, wobei Forschungen zeigen, dass regelmäßige Praxis zu Veränderungen in Gehirnarealen führen kann, die für Aufmerksamkeit, Emotionen und Selbstbewusstsein zuständig sind. Die Rolle der Technologie, Apps und Online-Plattformen Mit dem Aufkommen digitaler Technologien hat sich die Zugänglichkeit von Achtsamkeitsressourcen deutlich erhöht. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Apps und Online-Plattformen, die Achtsamkeitsübungen, geführte Meditationen und Bildungsressourcen anbieten. Diese Tools können eine wertvolle Ergänzung zur traditionellen Therapie darstellen, indem sie Patienten ermöglichen, ihre Praxis zu vertiefen und Achtsamkeit leichter in ihren Alltag zu integrieren. Therapeuten sollten jedoch die Qualität und Eignung dieser digitalen Ressourcen sorgfältig bewerten, um ihren Patienten empfehlenswerte Optionen anbieten zu können. Ausblick Die Evolution der Achtsamkeit in der Psychotherapie Die Zukunft der achtsamkeitsbasierten Therapie sieht vielversprechend aus. Während die wissenschaftliche Gemeinschaft weiterhin die Mechanismen und Effekte von Achtsamkeit erforscht, wird erwartet, dass sich neue und verbesserte therapeutische Ansätze entwickeln werden. Darüber hinaus könnte die zunehmende Integration von Achtsamkeitspraktiken in das Gesundheitswesen dazu beitragen, die allgemeine Akzeptanz und Anwendung dieser Methoden zu erhöhen. Es ist wahrscheinlich, dass Achtsamkeit eine noch zentralere Rolle in der Prävention und Behandlung psychischer Störungen einnehmen wird, gestützt durch eine wachsende Evidenzbasis und die Weiterentwicklung der Praxis. Abschluss Die Kunst der Achtsamkeit bietet eine revolutionäre Perspektive in der Psychotherapie, die sowohl Therapeuten als auch Patienten auf ihrem Weg zur Heilung unterstützt. Durch die Förderung von Präsenz, Akzeptanz und Selbstmitgefühl trägt Achtsamkeit entscheidend dazu bei, das psychische Wohlbefinden zu verbessern und einen tiefgreifenden Einfluss auf die Therapiepraxis zu haben. Die kontinuierliche Forschung und Integration von Achtsamkeit in therapeutische Ansätze versprechen eine weiterhin positive Entwicklung dieses Feldes. Für Therapeuten, die bereit sind, sich auf diesen Weg zu begeben, eröffnen sich unzählige Möglichkeiten, ihre Praxis zu bereichern und ihren Patienten wirksame Werkzeuge für ein ausgeglicheneres Leben an die Hand zu geben.